hallo und jetzt kommen hier auf mein kanal die glück oder können richtig wenn es will zu einem video heute am richtig dienstag company ich würde sagen wir spielen eine runde team deadmatch und haben spaß los geht's ein marsch der gladiatoren heute mal steamer ich habe bock drauf ich hoffe ihr auch wenn ja lassen ob du das schaust komplett wie die glocke like das video ihr wisst wie das funktioniert und wie youtube funktioniert also huscht mich war schön mal wieder die original karte nicht die überarbeitete warum kann nicht mehr die original ist ja auch ganz schön die berg das bergschloss in italien da sind gegner ich sehe doch jemanden probleme der zeit die ego schule dann seitdem ich so viel spiele wie fühlt sich irgendwie bisschen wirklich schnell an ich weiß es nicht kennt ihr das problem ja nein doch schreibt die kommentare spielte vital also fall wird nämlich fühlen sich an ego schüler so ein bisschen übertrieben schnell an druckartig an ich weiß es nicht dass wir schon bei call of duty aufgefallen ich war doch beim nachladen normal die mal die mal gegen die mal immer gewinnt ja wenn das winde als unscheiß fühlt sich so viel schneller beim anvisieren und so an so dadurch wirkt mein bewegung so ruckartig schnell und ich muss mich jetzt erst mal wirklich dran gewöhnen gaben kill ich habe kill der folge da ok müsst ihr decke ich habe die ecke nicht gesehen habe nur den eingesehene wegrennt die eine person und dachte ich passt und dann war mal ob sie da ist doch einer in der ecke recht so ein scheiß da nicht oder was machen ja ja wir haben sie bekommen aber ich bin gestorben ich werde viel sterben die game ja heute ist dienstag zweiter tag der woche juhu ich freue mich schon so aus wochenende ihr auch wenn ja schreibt zum kommentare ja richtig hab dich da gegner 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 ich versuche mal anzugreifen ist wenn man sieht wegen dem rauch gerade und da versucht irgendwie ja wir haben ein saint oh scheiße nein verdammt ich dachte ich krieg das hin das sage ich ganz gut aus aber nein ich wurde gefinisht und jetzt soll ich sagen ja wie ist es soll ich fragen weil sich die die palt mal wird ja ich suchte es in letzter zeit schon sehr stark und ja habe auch ein zwei videos dazu gemacht werde auch noch ein video auf jeden fall hier auf den kanal machen wo ich euch da mal mitnehmen wo wir ein bisschen jagen gehen also wenn ihr bocker blast abo da schaut aus in die kultur wie die glocke gleich das video bleibt hier auf den neuesten stand auf meinem kanal ansonsten wir immer viel spaß und vergesst nicht dass hier ist reine unterhaltung ich bin kein pro gamer der euch zeigen wie man zum pro gamer wird ich bin ein alter gamer der einfach nur mit seinen games euch unterhalten will müssen kohle sammeln wirklich so ungewohnt hält ohne scheiß immer wenn ich paar spiele oder paar wird jetzt lang spiele hat hier was geblinkt dann fühlt sich jeder eben schon doch so schnell von dem lenken und steuern an ich raste nicht der schlimmer ist euch so alt bin ich gar nicht mehr darauf klarkommen ist wirklich ein paar minuten brauche um mich dran zu hören super unser sein ist auch blatt ein problem danke 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 ich habe es kommt kommt aber wir haben sein sein die erst baby erst wach stellen kann hier sehr schön so muss sein ich wollte mir in die ecke rein scheiße dachte dass jemand kommt jemand kommt jemand ja natürlich darauf ja das geben sie mir so richtig gut würde ich sagen oder oder wir sind einfach nur richtig scheiße 1 von beiden das kann man sich auch eigentlich aussuchen ja ich wollte einen kleinen danke ich würde sagen wir sind richtig gut der gegner ist einfach nur scheiße und wir lassen ihn gerade gewinnen ihr wisst ja wie es läuft wohl ist es gleich dann eigentlich sind beide games ja ist gut was mir mal luft holen wo bist du auch danke die welt hat mich gesagt so kann es gehen ja 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 oh mein gott das ganze team ja sie waren natürlich darauf dass ich mich zeige sehr schön teams wo seid ihr team team ein team wo ist mein team hast du sie okay okay ich glaube ich komme gleich von links oder so weil wir jetzt alles auf das hier konzentrieren ich war mal gut dabei ist ja ist doch schon wieder ich gemacht und es bleibt mich weg omg guck ob ich damit was abräumen kann ja wenigstens schaden machen müssen wir und das geld einsammeln oder da sagt da dumme idee so beahmen das gibt es doch nicht das war jetzt das war jetzt so klar einmal ich habe doch hier schreiber patronen die nehmen wir doch mal mit hier und dann kann ich nichts mehr okay und noch mal rein dass ich sage mein team ist auf jeden fall gerade dominanter sehr schön so muss sein wollen ja auch gewinnen am ende des tages wo bist du okay 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 nein nein ich lade nachhoch mann und mann und ich lade nachhoch nein 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 ach das gibt es doch nicht warum von rechts und links das gibt es doch nicht okay 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 was soll ich sagen ist auf jeden fall eine aus meiner sicht spannende runde gerade wenn ich es auch so seht dann lasst mir ein arm oder schau es kommt halt wie die glocke in die gegner ja natürlich in dem moment gleich von der anderen seite ja klar er ist da nicht mal so aus hallo danke fürs zielen danke 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 beste teammate ist aber ein gutes team ist am gutes team muss natürlich auch im leben bleiben und nehmen gucken ob das was macht irgendwie nicht wirklich ich glaube ihm hinterher ich treffe gerade gar nicht das kann doch nicht sein auf einmal treffe ich gar nicht sagen wir noch mal fürs zielen auf einmal bin ich nur eine belastung was ist denn hier los verdammt danke aber es sieht gut aus mein team macht gut zurück bis jetzt fühlen wir nur noch mit acht punkten aber das gibt ja natürlich gefühlt hat er irgendwas extrem langsames können meine kanate mitnehmen gefühlt hat er irgendwas wie ein revolver ich glaube es war sogar denn es oder und macht mich mit drei schuss blatt und ich kann nicht mal reagieren läuft das gegner team ist gut nein wir sind besser ich weiß wir brauchen noch zehn kills kann ich selbst mal die kohle hier aber da war da war da war da war da einer von uns einer von uns okay okay ich selbst ich bin jetzt auch mal dabei du musst uns auch selten nein man muss uns doch ein kiel das gibt es doch gar nicht auf einmal holen die auf ich komme nicht drauf klar macht das wirklich nicht wie auf einmal so ein team mittendrin so gut würden das war sogar die waffe mit der ich erschossen wurde ich probiere mal ein kill damit zu machen wenn ich denn hier weil ich falsch weil ich auf der karte so ganz gehen wenn man alt wird die brauche noch ein kill ja damit meinte ich wir brauchen noch ein kill so 65 scheiße dann ist ein zölzer ist der größte ja natürlich kommt die von da das gibt's doch nicht jetzt sterbe ich erst mal also das ist ja ja also besser wie das heitere beruf beraten verdammt noch mal aber wir gewinnen ich habe ein starkes team damit sehr starkes team noch ein kill dann haben wir gewonnen yes baby ein sehr gutes team genau das heftige ist dass die auf einmal uns noch so in den arsch gedrehten haben aber wir haben gewonnen nice baby und ich sterbe sehr schön also was soll ich sagen würde ich das video gefallen hat investiert funktioniert abonnieren leiten kommentieren nicht vergessen ihr wirst die youtube funktioniert die videos bis zum ende gucken für die bord stein um mich besser zu pushen also wenn ihr mich pushen wollt bock drauf habt ihr wisst wie es läuft ich wäre sehr dankbar bei op glück oder können wenn es wohin und ich bin nicht mehr draus dieser